Hi Freunde, ich grüße euch auf einmal. Ich spiele gerade im Hintergrund was anderes noch. Vielleicht auch heute mal das Comicartiges im Double Feature. Das Bassman auf 80 gegen Holy Moly. Bisschen Comic-Style, auch mal nicht schlecht. Ab geht's, viel Spaß Freunde, wir wollen die Freispiele haben. Wir spielen ein bisschen den Ball Goldsberg. Bis zum nächsten Mal. Dann müssen wir noch mehr in den Blumen. Hier geht's um den Ball Goldsberg. Bis zum nächsten Mal. So, ob der Stampfefuß kommt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020